Friedrich Krupp war ein deutscher Industrieller. Er gilt als Gründer der Krupp Gustalfabrik und des daraus hervorgegangenen Unternehmens Friedrich Krupp HG, das sein Sohn Alfred Krupp zum zeitweise größten Industrieunternehmen in Europa ausbauen sollte und das 1999 in der Thyssenkrupp HG aufgegangen ist. Familie und Ausbildung Friedrich Krupp Ein Bildnis von ihm ist bis heute unbekannt, ist der Sohn von Peter Friedrich Wilhelm Krupp und seiner Ehefrau Petron Ella, geborene Forsthoff. Sie zählen zu einer eingesessenen Essener Kaufmannsfamilie, die ursprünglich aus den Niederlanden eingewandert war. Friedrich Krupp 1757 jung verwitwete Großmutter Helene Amalie Krupp, geborene Aschafeld, hatte aus einer Kolonialwarenhandlung, die sie von ihrem Mann Friedrich Jodokus Krupp geerbt hatte, bereits einen Verbund diverser Handels- und Manufakturunternehmen aufgebaut. Friedrich Krupp besuchte das Burggymnasium, bis er 14 Jahre alt war, und absolvierte im Geschäft seiner Großmutter eine kaufmännische Lehre. 1807 erhielt Friedrich Krupp von seiner Großmutter Helene Amalie Krupp anlässlich seiner Verlobung mit Therese Wilhelmi als Geschenk die gute Hoffnung übertragen. Die zweitälteste Eisenhütte des späteren Ruhrgebietes, die sie 1799 erworben hatte, Friedrich, der schon im Alter von 20 Jahren von seiner Großmutter dort als Betriebsleiter eingesetzt worden war und seit 1805 auch Grundkenntnisse der Metallurgie erwarb. Wirtschaftete auf der Hütte nicht zufriedenstellend, sie stand auch in Konkurrenz zur benachbarten Sankt Anthony Hütte, die bezüglich der Wasserversorgung zunächst Standortvorteile hatte. Helene Amalie Krupp machte die Übertragung 1808 wieder rückgängig. Die gute Hoffnung ging später an die Brüder Franz und Gerhard Hamiel sowie Heinrich Arnold Hüßen, die mit der gute Hoffnungshütte den lange Zeit größten Arbeitgeber des späteren Oberhausen aufbauten. 1808 heiratete Friedrich Krupp seine Verlobte Therese Wilhelmi. Seit diesem Jahr betrieb Krupp mit Teilhabern ein Geschäft mit niederländischen Kolonialwaren und übernahm nach dem Tod seiner Großmutter 1810 deren Kolonialwarenhandlung. Aus der Ehe gingen in den folgenden Jahren die Tochter Ida und die drei Söhne Alfred, Hermann und Friedrich hervor. Ab 1812 gehörte Krupp zum Stadtrat, zunächst als Einquartierungskommissar und später als städtischer Brandoffizier. Unternehmensgründung Als Friedrich Krupps Großmutter Helene Amalie 1810 starb, ging das Erbe an ihn und seine Schwester Helene, verheiratete von Müller, auf Burg Metternich. Nachdem Krupp kurze Zeit später die Kolonialwarengeschäfte aufgab, gründete er mit dem Erbe als Startkapital eine Werkstatt, die er am 20. November 1811 in die Firma Friedrich Krupp zur Verfertigung des englischen Gustals und aller daraus resultierenden Fabrikationen, umfirmierte und ins Handelsregister des noch unbedeutenden Landstädchens Essen eintragen ließ. Teilhaber waren die Brüder Georg Karl Gottfried und Wilhelm Georg Ludwig von Kechel, die bereits in der Gustalherstellung Erfahrung hatten. Ziel Krupps war es, den begehrten Gustal, der seit der Kontinentalsperre Napoleon Bonaparte nicht mehr aus England nach Europa gelangte, auf dem Kontinent herzustellen. Allerdings war er nicht der erste. Die Herstellung englischen Gustals war auf dem Kontinent durchaus bekannt. Seit 1804 Johann Konrad Fischer in Schaffhausen das englische Monopol gebrochen hatte. Die Marktlücke war zunächst gegeben, doch am unternehmerischen Geschick mangelte es. Nördlich der Essener Stadtmauer, auf dem Gelände einer alten Waldmühle in der sumpfigen M. Scherniederung an der Bern, errichtete Krupp mit dem geerbten Geld die Gebäude für einen Reck- und Schmiedehammer. Dieser Standort erwies sich jedoch als ungünstig, da nur schlecht erschlossen. Hinzu kam der schwankende und oft zu niedrige Wasserstand der Bern, die für einen ständigen Antrieb der Schmiedehammer nicht geeignet war. Zunächst konnte Krupp nur Zementstahl erzeugen, 1812 lieferte er erstmals Pfeilen aus diesem Material. Die Gustalfabrik an der Bern wurde 1813 fertiggestellt, nachdem etwa 30.000 Reichsthaler bei minimalen Einkünften investiert waren. Krupp zehrte im Grunde vom Familienvermögen, zudem stellten sich die Teilhaber von Kechel als unzuverlässig heraus. Dem Bankrott nahe, trennte sich Krupp über lange, kostenintensive, juristische Wege von ihnen und wurde 1816 Alleininhaber der Firma. In diesem Jahr war er erstmals in der Lage englischen Gussstahl zu liefern. Zu dieser Zeit war die Kontinentalsperre jedoch schon seit drei Jahren aufgehoben, und der echte englische Gussstahl war auf dem Kontinent wieder in großer Menge verfügbar. Expansion 1817 wurde die Produktion auf Gerberwerkzeuge, Bohrer, Drehstähle, Münzstempel und Münzwalzen ausgedehnt. Da nun auch das meist zufriedene preußische Münzamt in Düsseldorf zu seinen Kunden zählte, brachte es Krupp zu etwas Ansehen. Kleine Mengen Gussstahl konnten auch an auswärtige Kunden verkauft werden. Die ersten von Krupp hergestellten Gussstahlwalzen zur Münzprägung brachten jedoch kaum Erfolg, da die Behörde neun von 14 Exemplaren aus Qualitätsgründen zurückweisen ließ. Da sich die Fabrik an der Bern an einem schlechten Standort befand, vergrößerte Krupp 1818 die Fabrikation und legte den Grundstein für den Aufbau der Krupp-Gussstahlfabrik westlich der Stadt Essen auf einem Gebiet, das bereits seit dem 17. Jahrhundert im Familienbesitz war. Die neue Anlage ging dort an der Mühlheimer Chaussee vor dem Lim-Ecker-Tor, heute Altendorfer Straße, am 18. Oktober 1819 in Betrieb. Sie war auf 60 Schmelzöfen angelegt, doch nur acht waren in der ersten Baustufe vorhanden. Ebenfalls in dieser Zeit ließ Krupp dort ein Aufseherhaus bauen, welches später von seinem Sohn Alfred Krupp zum Stammhaus Krupp hochstilisiert wurde. Dieser neue Standort nahe der Zeche Neuack von der Krupp-Kohlenbezug war von Vorteil. Dennoch musste die alte Schmiede an der Bern noch aufrechterhalten werden, da es am neuen Standort keinen Wasserlauf gab. 1820 lieferte Krupp primär Schneidwerkzeuge, Sägen und Klingen. 1823 gelang es ihm dann, den hochwertigen Tiegelstahl herzustellen, auch wenn die Ergebnisse noch unklar blieben. Wichtige metallurgische Zusammenhänge waren noch nicht erklärbar. Aus finanziellen Engpässen heraus wurden zudem unterschiedliche Erze verwendet, was zu unterschiedlicher Gussqualität führte, die die Kunden natürlich nicht wünschten. Zuletzt hatte Friedrich Krupp sein gesamtes Erbe investiert und zusätzlich zu hohe Schulden aufgenommen. Früher tot die Firma brachte keinerlei nennenswerte Erträge. Der hochverschuldete Gründer der Essener Gussstahlfabrik war zunehmend seiner Doppelbelastung als Fabrikant und gleichzeitig Inhaber mehrerer Ämter und Ehrenämter bei der Stadt Essen nicht mehr gewachsen. In Folge wurde Friedrich Krupp ernsthaft krank und bettlägerig. 1824 musste er aus finanziellen Gründen in das Aufseherhaus seiner Fabrik übersiedeln. Das standesgemäße Haus am Flachsmarkt, direkt neben der Marktkirche, in dem die sechsköpfige Familie lebte, fiel an die Gläubiger. Am 8. Oktober 1826 starb Friedrich Krupp, 39 Jahre alt, an einem Lungenödem. Beigesetzt wurde er auf dem damaligen evangelischen Friedhof Essens zwischen der 1. und der 2. Weberstraße, der heute überbaut ist. Seine Grabplatte liegt heute auf dem städtischen Friedhof Bredeney. Das Unternehmen Krupp beschäftigte zum Zeitpunkt seines Todes noch sieben Arbeiter. Die Witwe Therese führte unterstützt von ihrem ältesten, 14-jährigen Sohn Alfred und weiteren Verwandten den Betrieb weiter. Sie blieb bis 1848 Inhaberin. Sohn Alfred führte das Unternehmen in den darauffolgenden Jahrzehnten zur Weltgeltung. Der spätere Firmenname Friedrich Krupper G. hingegen hatte noch bis zur Fusion zur Thyssen-Krupper G. im Jahre 1999 Bestand. Im Essener Südviertel ist die Friedrichstraße nach Friedrich Krupp benannt.